Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite News. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, es gibt eine ganz ganz coole Neuigkeit. John Wick kommt ins Spiel. Wir sehen hier, Tic Tac, Mr. Wick. John Wick sieht immer richtig, richtig cool aus. Ich bin ja auch ein absoluter Fan des Filmes. Und hier haben wir, also da gibt es diesen Hypex und der hat das wohl geleakt. Interessant hier, dass es wohl auch von diesem Hale-Barry-Charakter des Films auch nochmal extra einen Skin geben wird. Hier sieht man da ein bisschen was davon. Und ja, das hier ist auch mega interessant. Ja. Ähm. Wir müssen uns das Ding mal kurz angucken. Guckt mal hier. Seht ihr den? Da ist er, der John Wick. Und er hat hier so ein bisschen, ich ziehe das mal ein bisschen, ja, Verletzungen. Da ist auch hier auf der linken Seite so ein bisschen der Ärmel eingerissen. Einschusslöcher und so weiter. Ja, und so wie es aussieht, wird wohl dieser John Wick gleichzeitig mit diesem Wicks Bounty Event kommen. Und das wird dann wohl dieses Outfit beinhalten und diesen Golden Token. Das ist wohl ein Rucksack. Diese Münze wurde wohl bei, äh, kann ich mich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so wirklich streichern in dem Film, aber ähm, wurde wohl von den Mitgliedern bei dem Continental Hotel benutzt. Da ist das Set. Am 15. Mai wird der Film John Wick 3, äh, wohl in United Kingdom in die Kinos kommen. Und hier sind die Challenges. Also win a match mit Wicks Bounty, oder win a match of Wicks Bounty. Also von diesem Event müsste ein Match gewinnen. Play matches of Wicks Bounty. Collect Gold Coins. Da gibt es einen Automanic Spader für Gold. Collect Gold Coins in a Single Match. Deal damage with a Combat Shotgun. Deal damage with a Tactical Assault Rifle. Complete any 5 Challenges to earn the Reward Item. Mhm. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Ähm, er ist mega geil. John Wick ist mega cool. Der Film ist sensationell. Ähm, der Skin ist richtig, richtig, richtig cool. Also viel geiler könnte ich mir das gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Gutes Backpack da hinten, diese Münze als Backpack. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber der Skin ist Oberhammer-Kult. Ja, wie seht ihr das denn dann überhaupt? Also gefällt euch der Film? Geht ihr ins Kino in den dritten Teil? Freut ihr euch schon da drauf? Freut ihr euch auf den Skin? Also ich bin mega gehypt von dem Film. Und ähm, ich freue mich auch riesig auf diesen Skin im Spiel. Und auf dieses Event. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder an, wenn es wieder heißt. Fortnite News mit mir immer gleich. Schaut rein, macht's gut. Bis dann und tschüss. ins Film 1 チ DAN 5 3 Vielen Dank.